hey freunde hallo und herzlich willkommen zu einem video wo wir so ein bisschen darüber reden was hier gerade los ist im hintergrund seht ihr einen bad boys gameplay was wir vor uns erspielt haben wir haben auch versucht zu weitergames gameplays durchspielen aber wir hören zu schlecht dafür und ja gut vielleicht zur erklärung wir haben jetzt einen neuen kanal der den namen swt unterstrich trägt und wenn ihr das video schaut dann müsst ihr irgendwie auf den scheiß kanal gekommen sein deswegen denke ich mal dass ich das vielleicht schon ein bisschen interessiert falls ihr dieses video jetzt schaut weil ihr davor uns schon kannte beziehungsweise einen von uns mein alter kanal war heißt ich da ist ja ich bin ja den habe ich jetzt umbenannt in geschlossen so und dein kanal war kuri und dort haben wir auch schon unter anderem zusammenvideos gemacht und ja diese werden nicht fortgeführt vielleicht irgendwann mal neu angefangen aber wahrscheinlich ja was erwartet euch auf dem kanal einfach minecraft mini spieler eigentlich von so ziemlich allem zurzeit spielen wir relativ viel badwars wenn wir da videos machen dann was wenn wenn wir halt dann videos brauchen werden wir sicher auch ab und zu meiner runde badwars hochladen je nachdem wie ihr es euch wünscht warum sprichst du so eklig weiß ich jedoch die wie ihr euch das wünscht was wir auf jeden fall noch bringen werden sind so einige diverse spiele und jetzt ist von spielen nicht nur von minecraft also auch von unterschieden also auch so story let's play ist wir haben hier eine video und eine ps4 also können wir eigentlich so ziemlich jedes spiel spielen was rauskommt außer sachen spiel microsoft und so doch aber alles was es gibt nicht viel xbox exklusives ist ja meistens mit pc zusammen so deswegen haben wir eigentlich die möglichkeit so ziemlich jedes spiel zu let's play capture card und so haben wir auch hier was ihr sowieso bald mitbekommen werdet denn die ersten videos sind schon in arbeit und ja wir machen hier einfach gerade ein kurzes spontanes info video um euch das alles mal zu erklären damit wenn ich als erstes video direkt anfang von dem display benutzen müssen und ich denke mal dass es jetzt nicht immer so sein wird dass wir bei jedem video zusammen sein werden oder die ja falls du mal auf arbeit bist denn wenn jetzt schon 16 jahre oder ich einfach keinen bock auf dich habe dann kann man auch wenn du mal arbeiten bist meinte ich dann mache ich halt einfach allein mal ein video oder so kommt halt auf das video drauf an manche let's plays wie falls ihr es kennt man als pokémon das play sind dann halt immer zusammen und ja gut ihr werdet in jedem let's play beziehungsweise video sehen wer gerade spielt und so hätte man das könnte man auch hören ja und gut dann haben wir schon mal alles gesagt eigentlich heute man das video dürfte an ok am sechsten vierten kommen und das richtige erste das erste richtige video kommt dann auch schon am sechsten vierten oder willst du das machen das erste richtige video kommt ja können wir auch am sechsten vierten ja so dass wir das team video zum beispiel 14 30 und das andere dann um 16 17 oder so irgendwie machen könnten ok ich hoffe ich habe das video gefallen freut euch auf das video was sie dann heute später noch kommt und bis dahin wieder sehen die damen